Schön, dass du heute dabei bist. Wir schauen uns heute Analytics an und zwar werde ich dir eine dreiviertel Stunde lange Tour durch das Google Analytics Konto machen. Wo findest du was? Was sollte eingerichtet sein? Das hier gehört zu einer Reihe, die werde ich mal hier drunter kopieren. Da findest du mehrere Videos von mir für alle, die mit GA4 anfangen. Und vor allen Dingen haben wir das alles nochmal in einem großen Video, das wirklich alle diese Einzelvideos nochmal zusammenfasst. Wenn du das komprimiert schauen willst, dann schau auch hier drunter. Hier verlinken wir alles. Außerdem gibt es wie immer Timestamps. Das bedeutet, wenn du irgendwas überspringen willst, schau einfach hier unten in der Beschreibung nach. Ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben für die ganze Arbeit, die ich hierfür gemacht habe. Über ein Abonnement natürlich, wenn du hier unten mit dabei bist. Klicke auch auf die Glocke, wenn du weitere GA4-Videos in Zukunft schauen willst von mir hier auf YouTube. Und ich freue mich natürlich über jedes Kommentar. Wenn du Probleme hast, kopiere die hier drunter. Momentan beschäftigen sich ja so viele damit, da ist es schwierig, dass auch wir alle Fragen beantworten. Aber vielleicht kann die eine, der andere von euch mal die Fragen dort unten durchgehen und hat auch ähnliche Probleme. Und dann könnt ihr euch super hier unter diesem Video austauschen. Ich werde dir einige Stellen im GA4 zeigen, die man so erstmal vielleicht nicht offensichtlich sieht. Und jetzt geht's los. So, ich werde dir die nächsten Minuten eine intensive Einleitung über das Google Analytics 4 Interface geben. Wir werden uns eigentlich alle Ecken und Kanten angucken. Wir werden uns noch nicht die Berichte angucken. Wir werden uns auch noch nicht angucken, wie das Ganze eingerichtet wird. Das machen wir später. Wir schauen uns jetzt einfach an, wo findet man was hier im Konto? Wo legt man das Konto an? Über mehrere Einstellungen, die wir uns angucken, von Datenstream-Einstellungen bis hier unten zum Debug-View, werden wir uns viele kleine Sachen schon mal kurz angucken. Und natürlich auch hier Produktverknüpfung. Gucken wir uns alles an bis hin zu, wo finde ich welche Berichte, explorative Datenanalysen, Werbung und wir schauen uns sogar hier diese Nutzer-Einstellungen an. Also versprochen, hiernach wirst du deinen Weg erstmal hier zurechtfinden. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das Ganze hier ist ein Riesenuniversum. Ich habe mich damit mehrere Monate beschäftigt. Ich hoffe, für dich werden es nur wenige Stunden sein, indem du dich mit meinen Videos hier dadurch kramst. Ich gebe dir jetzt eine kurze Fahrt durch das GA4-Konto. Und zwar meldest du dich natürlich, wenn du noch gar kein GA4-Konto hast, über analytics.google.com dort an. Wenn ich jetzt hier draufgehe, komme ich direkt auf diese Seite hier. Wenn ich jetzt nicht hier irgendwie GA4 schon habe, dann müsste ich jetzt irgendein Gastkonto nehmen und mich hier mit Google anmelden. Das geht aber nicht. Ich muss mich erstmal anmelden mit einem Google-Konto, um überhaupt Google Analytics 4 einzurichten. Also um sozusagen mit GA4 zu tracken. Dann kommst du auf die Startseite und kannst sicherlich sowas klicken wie jetzt loslegen und kannst dann ein Konto erstellen. Wenn du schon mal ein Konto erstellt hast, sieht es so aus wie hier bei mir. Du hast hier sozusagen oben links alle deine Konten. So sieht es dann hier aus. Kannst du durchgehen und sagen, in welches Konto willst du reingehen. Viele von euch werden nur ein Konto hier haben, also nur ein Unternehmen. Das ist dann auch völlig in Ordnung, wenn zum Beispiel ein Unternehmen zwei Websites hat. Da hast du eigentlich in der Regel hier, siehst du, das sind die Konten. Da hast du ein Konto, aber mehrere Properties. Ein Property kann eine Website sein, aber jetzt wird es kurz kompliziert. Es kann auch ein Property geben, in das mehrere Websites ihre Daten reinbringen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Kunde geht bei dir von der einen Domain zu einer Subdomain und wieder zurück. Das eine ist ein Forum, das eine ist deine Hauptseite oder das eine ist deine Supportseite, das andere ist die Hauptseite. Und das sind immer die gleichen Leute. Dann würde ich das alles in einem Property tracken, obwohl sozusagen das mehrere Websites sind. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe zwei Businesses oder unser Business hat zwei verschiedene riesen Zielgruppen und dafür haben wir Website A und Website B. Dann hat man in der Regel zwei Properties, weil man dort die Daten sozusagen unabhängig voneinander auswerten möchte. Das heißt, in einem Property hat man die Daten sozusagen abhängig voneinander und man sieht, wie sich eine Person in diesem gesamten Globus von dir verhält. Auch wenn das mehrere Websites sind oder sogar Web-App, das ist auch ein klassisches Beispiel hier. Du hast eine Web-App und du hast eine Website. Das würde ich heutzutage eigentlich in allen Fällen in ein Property rein senden, weil du eben wissen willst, welche Person kommt wieder. Und das ist dir zum Teil ja heutzutage völlig egal, ob die Person über die App wiederkommt oder über die Website. Besucher ist Besucher, Kauf ist Kauf. Und wenn das die gleiche Person ist, dann willst du es in einem Property sehen. Was wir nicht mehr haben, da gehe ich aber nur kurz drauf ein, weil für viele ist GA4 vielleicht komplett neu und ihr habt noch nie mit Google Analytics gearbeitet. Es gibt keine Datenansicht mehr. Da bin ich auch eigentlich froh drüber, weil wir brauchen es doch nicht komplizierter machen, als es eh schon ist. Wenn ich eine Website habe, habe ich ein Property easy peasy. Also es gibt nicht mehr diese Views. Ich muss sagen, ich war eigentlich auch immer jemand, der die Views nicht wirklich mochte, weil es alles komplexer gemacht hat. Ich könnte jetzt erklären, was es ist. Das lasse ich mal einfach weg. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, eine Website ist in der Regel eine Property. Es sei denn, es geht Hand in Hand miteinander. Dann hat man eventuell sogar nur ein Property, obwohl man mehrere Websites hat. So und jetzt haben wir hier diesen Demo-Account, den siehst du ja, da gehe ich drauf und du siehst auch von hier kann man jetzt sozusagen auch neue Konten erstellen. Wenn du jetzt eine Agentur bist, kannst du dir neue Konten für Kunden erstellen und dann sozusagen den Kunden freigeben für dieses Konto. Oder wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Property brauchst und hier gehe ich mal zum Beispiel jetzt auf ein Test-Property von mir. Da habe ich auch ein komplettes Video darüber, wie ich das alles einrichte. Das tue ich auch hier drunter. Und hier siehst du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine zweite Website einführen würde, die komplett unabhängig ist, wo ein bestimmtes Produkt nochmal anders beworben wird und ich will das nicht vermischen, könnte ich hier jetzt ein neues Property erstellen. Und sozusagen sagen, ich möchte hier das Property jetzt nennen, sowas wie Test für Katzen, Nahrung, weil das andere da sind, Kratzbäumenkäufer. Und ich will das komplett unabhängig voneinander tracken, dann gebe ich hier meine Daten an. Ich denke, das hier ist alles selbst sprechend. Gehe dann hier auf Weiter, klicke mich hier durch und habe dann letztendlich ein neues Property, das genauso aussieht wie dieses Property hier. So, jetzt gibt es noch eine wichtige Sache, die sollte jeder, jede von euch schon mal gesehen haben. Das sind die Daten-Streams. Die werden wir gleich sehen, wenn wir gleich die Einrichtung mal ganz kurz besprechen. Wir haben hier mehrere Daten-Streams und hier sieht man schon ein bisschen das, was im GA3 die Views waren. Jetzt kann man so ein bisschen die Daten voneinander trennen, indem man sagt, man hat ja sozusagen einen Daten-Stream für die Website, aber man hat eben auch die App-Daten-Streams, also für iOS und für Android. Die muss man unabhängig voneinander einrichten. Das Coole ist, du kannst dann später immer in der explorativen Datenanalyse oder in den Berichten trennen zwischen eben Web-App-Traffic und Web-Traffic. Und das ist auch so ein Grund, warum ich das alles in ein Property reinsenden würde, weil in den Reports später kann ich sowieso trennen und sagen, ich möchte heute nur den Daten-Stream auswerten. Ein wichtiger Nachsatz, du kannst unter Web hier, kannst du einen Stream erstellen und auf mehreren Websites einbetten. Darauf haben viele gewartet, im Universal Analytics, also GA3 gab es das nicht. Und das ist ziemlich cool, du musst alle diese Websites nur hier unter den Tag-Einstellungen eintragen. Unter den Alle-Anzeigeneinstellungen hier Domains konfigurieren, musst du die Domains hinzufügen und kannst somit diesen Stream hier mit einem Tag-Manager-Konto auf mehreren Websites implementieren oder du hast da mehrere Möglichkeiten mit zwei Tag-Manager-Konten zum Beispiel auf zwei Websites bringen, aber immer diese Mess-ID benutzen und dann eben mit zwei Tag-Manager-Konten, damit man nicht so durcheinander kommt, sozusagen verschiedene Events für Website 1 einrichten, also eigene Events und verschiedene Events für die Website 2. Man könnte das theoretisch auch, wenn man mit Bedingungen arbeitet und so weiter oder egal ist, wenn das eine Tag auch auf einer anderen Website feuert, in einem Tag-Manager-Konto machen, aber würde ich nicht unbedingt empfehlen, kann man aber machen, aber da wird es ein bisschen komplexer. Auch dazu, wir haben ja extra Tag-Manager-Kurse, das kann man alles irgendwie gewährleisten, nur damit du mal gesehen hast, der Daten-Stream und die Stream-ID, das ist sozusagen der Kanal, wie die Daten von einer Website sozusagen in das GA4 reinkommen. Haben wir das gesehen. Also hier kommen die Daten her, da gibt es hier viele Einstellungen, die gehe ich jetzt mal nicht durch hier in dieser groben Übersicht. Es gibt nur eine wichtige Sache, die sollten alle E-Commerce-Stores von euch auf jeden Fall prüfen. Sehe ich bei jedem dritten Store, dass das falsch eingerichtet ist, deswegen zeige ich das auf jeden Fall hier in so einer Übersicht. Und zwar schaue das bei deinem Stream unter Tag-Einstellungen und dann hier unter Alle Ein-Anzeigen, dass wenn du einen E-Commerce-Shop hast mit zum Beispiel Zahlungsanbietern wie PayPal oder Stripe, dass hier unter Liste von Unerwünschten verweisen, dass hier zum Beispiel PayPal und Stripe eingerichtet sind, damit es nicht so aussieht, als würden die Conversions von PayPal oder Stripe kommen. Das würde man dann nämlich später hier in der Werbeübersicht, würde es immer so aussehen, als würde Google Ads gar keine Conversions machen oder keine Ereignisse feuern, sondern eben PayPal als Quelle. Und das ist natürlich dann am Ende nicht so cool. Alle anderen Einstellungen gehe ich auf jeden Fall sehr intensiv in unserem Kurs durch, in dem Analytics 4-Kurs. Hier kannst du dir auf jeden Fall meine Einleitung angucken, da erkläre ich das auch nochmal, wie wir das hier strukturiert haben. Auf jeden Fall gehen wir hier in der Basiseinrichtung, Events und Conversions und dem erweiterten GA4-Setup, gehen wir eigentlich alle Einstellungen durch, die du auch irgendwie hier am Datenstream hast, aber die du auch hier hast. Trotzdem zeige ich dir jetzt noch ein paar Sachen. Und zwar ist es so, dass GA4 komplett auf Events und die heißen auch oft Ereignisse, also mit Events meine ich immer Ereignisse basiert. Und das Coole ist, du kannst eben deine Ereignisse, eigenen Ereignisse hier ins GA4 reinpushen, aber es gibt auch die optimierten Analyse-Events. Und da wird es gleich ein bisschen kompliziert, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall findest du alle Ereignisse hier und du findest auch alle Conversions hier. Und du kannst oft immer auf sowas auch draufklicken und dann getrennt voneinander von allen anderen Dingen auswerten. Also hier immer mal auch draufklicken, das ist eben auch schon für alle wichtig, die intensive Analysen machen. Wenn man hier eben auf Verwaltung geht, dass man dann eben schauen kann, was hat man eigentlich für Ereignisse eingerichtet. Und dann steht hier zum Beispiel Klick auf wichtiger Link und dann kannst du das segmentiert, also abgetrennt von allen anderen, jetzt auswerten. Also hier kann ich sozusagen draufklicken. Wie das eingerichtet wird, grob, zeige ich dir gleich. Aber du siehst jetzt hier, hier kommst du sozusagen schon in deine Reports rein, aus den Einstellungen. Dann haben wir hier Conversions. Du kannst ganz einfach Ereignisse als Conversion markieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also du kannst zum Beispiel hier sagen, Klick auf wichtiger Link ist eine Conversion. Da habe ich auch noch extra Videos drüber, aber im Prinzip ist es nicht schwieriger als das und später habe ich das hier als Conversion. Was man alles als Conversion markieren sollte, das musst du dir gut überlegen, aber es sollte nicht zu viel sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es sollte wirklich nur was sein, wo du sagst, da hat ein Kunde wirklich auf meiner Website einen Kauf ausgeführt oder irgendwas ganz Wichtiges gemacht, weil jetzt kommt's, wenn du alle Klicks als Conversion markieren würdest, das würde dir gar nichts bringen, weil du kannst in deinen Berichten auch einfach nur die Ereignisse auswerten. Das zeige ich dir schon mal ganz kurz. Ich gehe auf Berichte und dann zum Beispiel hier auf Engagement, Ereignisse und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, okay, welches Ereignis gab es hier wie oft, aber ich kann auch, wenn es um die Akquisition geht, zum Beispiel in den Bericht zur Nutzergewinnung gehen und gucken, ja, wo kamen die Nutzer her und gehe hier einfach mal nach rechts und sehe, dass ich hier zum Beispiel sagen kann, ich möchte nur das Ereignis klickwichtiger Link auswerten. Warum sollte ich also das, was ich nur auswerten will, aber nicht zum Beispiel für Zielgruppen benutzen möchte oder irgendwie sowas, warum sollte ich das jetzt als Conversion markieren? Das würde mir später in den Berichten hier nur signalisieren, dass es Conversions gab, obwohl diese Conversions gar nicht viel wert sind, wenn das einfach nur ein Klick auf den Link ist. Das heißt, nicht zu viel einrichten, weil Ereignisse lassen sich prima im GA4 auch abgesondert von den Conversions, genauso wie Conversions eben auswerten. Genau, es ist nur für dich so eine Übersicht, dass du sagen willst, Conversions, das ist meine Benchmark, da gehören die und die Aktionen auf der Website dazu, zum Beispiel eben der Klick auf irgendein PDF, das dann runtergeladen wird, das wäre dann aber wiederum ein Download und der ist wirklich wichtig und geschäftskritisch. Genau, also das ist schon mal wichtig und das findest du hier unter Verwaltung. Auch die Zielgruppen kann man hier einrichten, da habe ich extra Videos drüber, also es ist immer ganz cool, diese Zielgruppen einerseits einzurichten, um später sozusagen zu schauen, wie verhalten die sich auf der Website. Auf Basis von Kriterien kann ich zum Beispiel sagen, meine Käufer, wie haben die sich verhalten und kann die dann später benutzen in meinen Berichten und gesondert auswerten, kann diese aber auch an Google Ads zum Beispiel senden. Also Zielgruppen sind wichtig, das ist aber auf jeden Fall ein 20 bis, ich sag mal, 40 Minuten Seminarwert, wie man die einrichtet. Und du kannst dich hier gerne selber mal durchklicken und dir das angucken. Die sollte man auch und das ist der wichtigste Tipp hier, von Anfang an einrichten. Denn es ist nicht so, dass ab dem Punkt, wo Daten entstehen, dann sozusagen gesagt wird, ja die gehören jetzt zu der Zielgruppe, weil die haben da irgendwas geklickt. Nein, erst nachdem du das hier einrichtest, fängt das Ganze an, die Leute in die bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel Käufer, hier reinzubringen. Und warum sollte so eine Zielgruppe groß sein? Ja, weil erst wenn da um die 1000 User drin sind, kann man die oft zum Beispiel für Google Ads Zwecke zum Beispiel überhaupt benutzen. Das heißt, es ist toll, die direkt zum Beispiel im Juli, vielleicht guckst du das Video hier auch viel später, im Juli 2023, wo GA4 sozusagen, man das benutzen muss und wirklich gezwungen ist, das einzurichten hier, weil Universal Analytics abläuft, dass man wirklich ab Tag 1 hier einfach die Zielgruppen so einrichtet, dass man sagt, ich interessiere mich zum Beispiel für Leute, die was Bestimmtes geklickt haben, wie zum Beispiel, klick auf wichtiger Link und die packe ich dann in eine Zielgruppe rein. Kann hier noch die Dauer verändern. Nein, aber wie gesagt, hier muss man wirklich Feinheiten beachten. Das ist wirklich ein großes Video. Nur, dass du gesehen hast, Zielgruppen sollte man von Anfang an einrichten. Ja, dann gibt es benutzerdefinierte Dimensionen. Relativ schwierig zu verstehen auch für Beginner. Also, wenn man wirklich Routine im GA4 hat, dann wird es richtig einfach. Wir haben hunderte von Videos zum Thema benutzerdefinierte Dimensionen und Messwerte beziehungsweise wir haben hunderte von Videos zu den richtigen Dimensionen und Messwerten, die ich hier in den Berichten und Datenanalysen eben auswerte. Und die findest du bei uns im Kurs und zwar unter Metriken und Dimensionen. Also, du siehst ja, dass wir uns hier richtig Mühe gegeben haben und dass man hier wirklich auch zu allgemeinen Dimensionen zum Beispiel, also das sind jetzt nicht die Dimensionen, die du selber einrichtest, dass wir hier ganze Videos so haben. In dem Fall zwar nur sechs Minuten, aber wo wir eben hier diese ganzen einzelnen Dimensionen durchgehen, ich habe dafür auch eine ganze Excel-Tabelle, weil das immer nicht so ganz trivial ist, was das Ganze bedeutet. Da gibt es richtig viele Videos drüber zu den Standarddimensionen, aber es gibt eben auch welche, die man selber einrichtet. Dazu habe ich auch wieder ganze Videos. Dann haben wir hier ein paar Dateneinstellungen, Datenerhebung, auch hier haben wir wieder Videos drüber. Das ist auch wieder nicht ganz trivial, weil man eben schauen muss, dass man der EODsGVO natürlich gerecht wird beziehungsweise Datenschutzeinstellungen und dass man hier wirklich so datenschutzkonform wie möglich arbeitet. Und hier haben wir auch eine ganze Reihe und zwar hier unter Datenschutz in unserem Kurs. Hier siehst du, das dauert zwei Stunden diese Reihe. Also hier kann ich jetzt auch nur ganz kurz durchgehen und dir was zeigen. Und zwar haben wir hier einmal die Datenerhebung mit Google Signalen. Da guckst du dir am besten auch noch extra Videos drüber an, vor allen Dingen, wenn du das Ganze einrichtest. Wenn du AndroidX 4 nur benutzt, ist es wahrscheinlich wichtig für dich zu wissen, was Google Signale sind. Da würde ich mir das hier mal anschauen und dass man eben schaut, ist das Ganze aktiv oder nicht. Weil wenn das aktiv ist, dann hat man mehr Daten, wenn nicht, hat man etwas weniger Daten. Dann haben wir die Datenaufbewahrung. Die würde ich immer auf 14 Monate stellen, muss man allerdings auch in der Datenschutzerklärung erwähnen. Und es ist auch ein bisschen datenschutzrechtlich oder was heißt ein bisschen, es ist auf jeden Fall umstritten, weil man natürlich datensparsam arbeiten sollte. Aber zwei Monate reicht mir oft nicht, um wirklich so viel Daten zu haben, dass man wirklich auf wertvolle Erkenntnisse für die Website und das Verhalten der Benutzer schließen kann. Und das ist natürlich dann wieder hier so ein Konflikt, den man hat, wie immer im GA4-Universum. Also normalerweise müsst ihr zwei Monate bestehen, wenn man datensparsam arbeitet, aber das reicht eben oft nicht aus und da hat man natürlich auch ein Interesse daran, das eventuell auf 14 Monate zu stellen. Aber hier haben wir wieder Datenschutzprobleme. So, Datenfilter ist ziemlich advanced. Ich bin kein Fan von Filtern. Im GA4 nicht, aber auch im Universal Analytics war ich das nicht, weil die klappen meist eh nicht. Wir haben dynamische IP-Adressen, meist schließt man zu viel aus. Da haben wir aber auch wieder 40, 50 Minuten Videos drüber, weil das hier so einzurichten, dass man zum Beispiel, wenn man über den Tag Manager nicht auf die Seite kommt, das dauert mindestens 15 Minuten. Wenn man das Ganze zum ersten Mal macht, dauert das zwei Stunden, dass es wirklich richtig eingerichtet ist, dass man da einen Filter hat. Ich habe dazu Videos, ein paar werde ich wahrscheinlich auch auf YouTube darüber veröffentlichen. Ich werde auf jeden Fall dann alles hier drunter tun, aber ich kann dir nur eine Sache sagen. Halte dich nicht zu lange damit auf, wenn du nicht andauernd selber auf deiner Website bist und dort rumtestest und nicht wirklich ein Konzern bist und selbst da sehe ich oft, dass natürlich auf Multi-Channel-Ansätze geachtet wird und so oft sind die eigenen Entwickler gar nicht auf der eigenen Website unterwegs, dass du hier nicht andauernd alles irgendwie ausschließt und gerade wenn es um kleine Websites geht, hiermit zu arbeiten mit diesen Filtern ist teurer, als das, was du am Ende an Daten irgendwie gewinnst. Also diese paar Stunden kannst du dir eigentlich sparen, in denen du das erstmal ignorierst und damit leben musst, dass du dich auch selber trackst. Das ist meine wärmste Empfehlung, weil da kann auch wirklich viel schief gehen. Ganz kurz nur, wenn du dieses Video hier gerade auf YouTube schaust, dann gib mir auf jeden Fall hier unten ein Like dafür, bitte, wenn ich dir hier mit diesem Video helfe und lass auch ein Abonnement da, wenn du einen YouTube-Kanal hast, drück auch am besten die Glocke, weil das Ding ist, viele gucken sich die Videos hier an und ich sehe das ja, dass viele nicht abonnieren, viele haben aber auch keinen YouTube-Kanal, aber davon lebe ich als YouTuber, denn es ist so, dass wir natürlich so viele Leute wie möglich mit den Videos hier erreichen müssen, dann ist es wirklich so, dass so ein Video wie das hier, das dauert mehrere Wochen, bis es dann mal online geht und es ist wirklich für mehrere Personen echt viel, viel, viel Arbeit. Von außen sieht man das oft gar nicht so, aber die, die mich für Coachings anfragen, die werden das wissen, ich bin wirklich so eingespannt mit diesen YouTube-Videos hier, das heißt, das ist wirklich ein Hauptjob und ich lebe davon, dass diese YouTube-Videos hier auch Likes bekommen und dadurch auch geschaut werden, weil wir uns viel, viel, viel Mühe geben. Ich hoffe, das merkt man auf jeden Fall mit der Aufbereitung dieser Videos hier. Wir schneiden uns hier wirklich, ich sag mal so, wie kann man das formulieren? Wir schneiden uns manchmal Tag und Nacht auf jeden Fall, ja, die Nächte um die Ohren. So, da haben wir hier Daten im Port, das überspringe ich mal, das ist für die wenigsten von euch interessant. Wir haben die Identität für Berichtserstellung, hier würde ich das Ganze auf zusammengeführt setzen, hier hast du nochmal die Methoden, die gewählt sind, über User-ID, da haben wir auch einzelne Videos, habe ich gerade neulich ein 20-Minuten-Video dazu gemacht, wie man das hier einrichten kann, kann ich hier verlinken. Wir haben hier auf jeden Fall Google-Signale, wenn das aktiv ist, als Identität für eben den User, der auf die Website kommt, wir haben die modellierten Daten, genau. Dann haben wir Attributionseinstellungen hier als Option, hier habe ich auch wieder einige Tipps in Videos, am Anfang würde ich dir empfehlen, das gar nicht unbedingt auf Daten getrieben zu setzen, sondern auf zum Beispiel Positionsbalisier, Zeitverlauf oder Linear. Das hier ist relativ gefährlich, diese Einstellung hier, mit der kannst du richtig fröhlich rumspielen, weil die wirkt sich nicht auf die Datenbasis auf, sondern immer auf die bisherigen und zukünftigen Daten. Das heißt, bisherig bedeutet, wenn du es morgen wieder umstellst, hast du auch wieder die von heute und von den letzten Wochen umgestellt oder von der Zeit davor. Das bedeutet, die Datenbasis geht nicht kaputt, du kannst es hier immer umstellen und getrennt voneinander auswerten. Obwohl ich hier auch sagen würde, man sollte immer mal auf Werbung hier gehen und auch hier den Modellvergleich anwerfen. Und man kann nicht wirklich sagen, welches Attributionsmodell hier unter Verwaltung Attributionseinstellungen wirklich das Beste ist. Je mehr Daten du hast, desto besser kannst du vergleichen und gucken, welches ist für dein Business und für dein Geschäftsmodell das beste Attributionsmodell. Hier ist es auch nochmal ein bisschen beschrieben. Wir haben dazu ganze Videos. Auch auf YouTube habe ich dazu zwei Videos, die werde ich hier auch mal verlinken. Attribution ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und hier haben wir auf jeden Fall eine sehr wichtige Einstellung für die normalen Ansichten im Konto unter Berichte und unter der explorativen Datenanalyse. Wie gesagt, unter Werbung, da würde man das Ganze sowieso getrennt voneinander auswerten und kann das Attributionsmodell ändern. So, dann haben wir einen Property-Änderungsverlauf. Hier siehst du einfach, ob irgendwas geändert wurde. Hier zum Beispiel wurde ein Element hinzugefügt zu diesem Property hier und zwar war das hier eine Nutzereigenschaft, Elementtyp-Nutzereigenschaft, das ist jetzt ein Messwert beziehungsweise eine Dimension. Und dann sieht man hier, ob hier Einstellungen geändert wurden. Ich kann hier Lösch-Einfragen stellen. Falls du jetzt denkst, du kannst hier mega gut Sachen löschen, ich kann dir nur sagen, man hat hier rudimentäre Einstellungen. Du kannst hier zum Beispiel sagen, du kannst Parameter löschen, aber du siehst schon, du kannst Parameter von Ereignissen löschen. Du kannst also nicht hier wirklich sagen, ich möchte die und die User-ID löschen. Wir brauchen das hier fast nie. So, dann haben wir hier den Debug-View. Da gehe ich später drauf ein, was man hier machen kann. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Für alle, die neu im GA4 sind, kann ich nur empfehlen, wenn das Ganze eingerichtet ist, dass man auf jeden Fall Google Ads von Anfang an miteinander verknüpft. Hier habe ich aber auf jeden Fall auch noch eine wichtige Sache. Wenn das Ganze hier verknüpft wird, musst du trotzdem noch schauen, ob wirklich die Daten auch im Google Ads ankommen und du dort die GA4-Spalten zur Verfügung hast. Du gehst dafür zusätzlich im Google Ads auf verknüpfte Konten und kannst dann hier eben schauen, ob GA4 verknüpft ist und kannst dann hier bei deinem GA4 auf Verwalten und Verknüpfen gehen. Und solltest hier unbedingt prüfen, ob hier dann rechts die App- und Web-Messwerte von dem GA4-Property, mit dem du es eben verknüpft hast, auch aktiviert sind. Also das unbedingt auschecken oder eben hier die Verknüpfung von Google Ads zusätzlich nochmal einrichten, damit du eben bestimmte Spalten im Google Ads hast. Die kann ich dir auch noch zeigen. Und zwar sehen die so aus. Ich kann zum Beispiel hier auf Keywords gehen. Zack. Dann gehe ich auf Spalten, Spalten anpassen. Dann habe ich hier Google Analytics und sehe dann hier nur die GA4-Spalten, zum Beispiel Sitzungen und Interaktionen aus dem GA4-Property, wenn du es eben von hier auch noch zusätzlich verknüpfst über verknüpfte Konten. Ich hoffe, du konntest jetzt schon richtig was mitnehmen. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, dass du alle Produktverknüpfungen hier mal durchgehst. Und für die meisten von euch wird natürlich auch die Suchkonsole noch wichtig sein. Also die sollte hier verknüpft sein. Das solltest du prüfen, wenn das jemand anderes für dich natürlich eingerichtet hat. Das wird schnell mal vergessen. Wir haben da bei uns im Kurs für unsere Checklist, damit man sowas nicht vergisst. Dafür geht man in unserem Kurs auf diese Checklist. Wenn du unseren Kurs hast oder unsere Mitgliedschaft, kannst du dir die holen und dann kannst du hier durchgehen und sagen, was du gemacht hast und was nicht. Auch im Grundsetup kannst du dann hier dir angucken, dass du bestimmte Sachen, eben wichtige Tools verknüpft hast und kannst es dann abchecken. Kleines Schmankerl aus unserem Kurs. Wir haben hier noch weitere Einstellungen. Dieses Analytics Radar Suchverlauf braucht niemand von euch, denke ich. Deswegen gehen wir hier mal raus. Das ist ja so eine Sache, die von Google versprochen wurde hier. Dieser Suchverlauf, dass das richtig toll ist. Zeig mir die heutigen Besucher, dass man hier irgendwie sowas eingeben kann. Das ist meist nicht das, was ich wirklich brauche und so benutze ich auch GA4 nicht. Also das hier oben, dieser gesamte Bereich ist für mich eigentlich Platzverschwendung. Man kann da mal was eingeben, aber am Ende des Tages und jetzt komme ich nämlich auch gleich zu den Reports, benutzen wir immer die explorative Datenanalyse. Hier hast du Daten für 14 Monate, wenn du eben diese Einstellung unter Verwaltung, die wir eben gesehen haben, von der Datenerfassung auf 14 Monate statt 2 Monate setzt. Dann kannst du hier auf leer gehen und kannst einen leeren Report erstellen. Da hast du hier mehrere Formate zur Verfügung. Hier siehst du zum Beispiel den Nutzer Explorer und wenn ich aber hier wieder zurückgehe, dann siehst du, dass ich den auch direkt von hier aus erstellen könnte. Also hier kann ich auch direkt auf Nutzer Explorer gehen und sehe dann hier direkt die Nutzer, die auf meiner Website waren. Und das ist auch ein richtig geiles Ding im GA4, muss ich sagen. Das macht richtig Spaß, hier anzugucken, wie für diesen Nutzer mit dieser ID sozusagen die Customer Journey war, bis die Person zum Beispiel gekauft hat. Das sieht man dann hier unten rechts, ob zum Beispiel eine Conversion ausgeführt wurde. Also die explorative Datenanalyse bietet uns Analyseverfahren, wie zum Beispiel auch Trichteranalysen und so weiter. Ich will es damit jetzt erstmal hier stehen lassen. Man kann hier richtig cool Berichte hier unten reintun, aber ganz wichtig, die sind dann erstmal nicht geteilt oder so. Die sehe nur ich mit meinem Google-Konto, aber ich muss dafür extra auf Teilen gehen, dann hier auf Teilen und dann kann ich das für andere Nutzer hier freigeben. Aber das ist auch noch ein bisschen spartanisch, diese Einstellung. Wenn ich jetzt hier mal reingehe und ändere hier irgendwas, dann ist das nicht automatisch mitgeteilt, Stand heute. Also es wird nicht automatisch mit synchronisiert und man kann hier nicht irgendwie zusammen an einem Report arbeiten. Das ist noch ein bisschen komisch, das wird sich hoffentlich in Zukunft bei GA4 voll ändern. Aber dieser Explorer hier, hier braucht man wirklich einen Crashkurs oder eine komplette Einführung. Haben wir natürlich auch in unseren Kursen, aber wenn du erstmal eine kurze Übersicht haben möchtest, kann ich dir hier die später gerne noch geben. Dann haben wir hier unter Berichte, haben wir eben die Standardberichte. Hier sind die Daten für mehr als 14 Monate da. Also so lange, wie du Daten speicherst, sind die Daten hier im GA4 und die werden nicht irgendwie gelöscht oder so. Also nicht nach 14 Monaten, wie es für das andere der Fall ist oder sogar nach 2, wie es für die explorative Datenanalyse der Fall ist. So und hier ist es jetzt so, hier können wir nicht so auf den einzelnen User oder so schließen. Das heißt, wenn ich hier auf Akquisition gehe, Übersicht, hier könnte ich mir zwar in Berichten, wenn ich mir das Ganze anpasse, da habe ich mal ein User-ID-Video gemacht, wie ich zeige, wie man zum Beispiel dann Messwert hier hinzufügen könnte, mit dem man dann auf die User-ID schließen kann. Das kann man aber auch nicht bei den Übersichtsberichten, sondern nur bei diesen detaillierten Berichten. Also wir haben Übersichtsberichte und wir haben detaillierte Berichte. Die detaillierten Berichte, hier kann ich wirklich die Messwerte hinzufügen, wie zum Beispiel User-ID. Hier gehen wir mal in ein anderes Konto, um sich das hier anzugucken. Hier habe ich zum Beispiel das Kurs-Live-Property. Hier müsste das gehen. Wenn ich mal hier User-ID eingebe, müsste eine Dimension sein. Kann man nicht zusammenzählen, also es ist eine Dimension. User-ID, genau. Hier könnte ich also sozusagen auch auf den User schließen. Ja, geht. Dann kann ich jetzt diese Dimension hier wählen, User-ID. Hier habe ich User-ID 1. However, das ist jetzt nicht das coolste Feature, aber du siehst, du kannst diese Berichte hier anpassen, hast aber nicht alle Dimensionen und Messwerte zur Verfügung. Hast aber ziemlich viel auch. Kannst dir dann hier so ein paar Charts auch generieren und kannst dir dann Zusammenfassungskarten machen, die du dann wiederum zu diesen Übersichtsberichten hinzufügen kannst. Ja, also diese Karten, die tauchen dann nicht hier auf. Die kannst du dann später benutzen, wenn du zum Beispiel hier, gehen wir mal auf Bericht anpassen. Ja, wo ist jetzt die Bibliothek hin? Ich muss hier manchmal neu laden. Bugs haben wir alle. Also es gibt immer mal Fehler. Du siehst, das ist jetzt hier einfach verschwunden. Das hat man manchmal, wenn ich zum Beispiel zu schnell hier das Property gewechselt habe, dann muss ich da nochmal komplett hin navigieren, damit dann zum Beispiel das hier erscheint mit Bibliothek. Den Fehler, den gibt es schon lange und ich könnte jetzt hier einen neuen Übersichtsbericht erstellen, dem ich dann zum Beispiel Karten hinzufüge, die ich eben aus diesen Übersichtsberichten generiere. Aber das ist alles schon echt, sag ich mal, erweitert. Was hier nur wichtig ist, dass du diese Berichte nehmen kannst. Pass auf, und du kannst diese Sammlungen hier links bearbeiten. Du hast hier sozusagen im GA4 normalerweise nur Lebenszyklus. Akquisition, Engagement, Monetarisierung. Da siehst du, das ist der Lebenszyklus. Ein User kommt auf die Seite von irgendeiner anderen Website oder von irgendeiner Werbekampagne, das ist Akquisition. Hat dort irgendein bestimmtes Verhalten, das ist das Engagement, und kauft dann irgendwas oder führt dann irgendein Call to Action aus. Das ist dann sozusagen hier Monetarisierung. Ja, das heißt, das ist der Lebenszyklus. Du kannst aber auch andere Zyklen oder andere Berichte erstellen, wie zum Beispiel hier Berichte für Spiele. Wenn du das nicht brauchst, kannst du die Veröffentlichung dafür aufheben, dann sieht es jetzt hier bei mir so aus wie bei dir. Und du hast aber hier zum Beispiel auch noch sowas wie Mitarbeiter, das habe ich selber gebaut, das wirst du nicht da haben, da habe ich mir meine eigenen Berichte reingetan und das mache ich hier zum Beispiel über Bearbeiten und kann dann eigene Berichte erstellen, die ich dann hier reintue. Nur, dass du das schon mal gesehen hast, du kannst eigene Berichte anhand der Daten erstellen und kannst die dann sozusagen hier in diese Sammlungen tun, also Lebenszyklus ist eine Sammlung, Mitarbeiter ist eine Sammlung, Nutzer ist eine Sammlung und Search Console auch. Das hier erscheint erst dann, wenn man die Search Console verknüpft und auch erst wirklich dann, wenn man da ein bisschen abgewartet hat, das kann irgendwie ein bisschen dauern, man muss das Ganze auf jeden Fall neu laden oder ich glaube sogar sich bei Google irgendwie abmelden und wieder neu anmelden, irgendwie so war das, da gibt es einen kleinen Trick und dann hat man hier sozusagen die Suchbegriffe, die man auch in der Suchkonsole sieht, wie zum Beispiel Leute auf deine Seite kommen und man sieht auch, wie die Position ist. Also das finde ich auch ziemlich cool, dass man hier immer mal kurz reingucken kann, muss nicht extra in die Suchkonsole gehen, aber die Daten sind in der Suchkonsole, falls du die noch nie gesehen hast, die sieht so aus, natürlich viel geiler aufbereitet. Also in der Suchkonsole können wir jetzt echt mal schnell reingehen. Das ist jetzt natürlich nur eine Demoseite, nicht erschrecken, hier sind natürlich wenig Klicks, weil wir verkaufen ja nichts. Manchmal beeindruckt ist mich aber trotzdem, dass ich mit dem Wort Premium-Kratzbaum hier irgendwie an Position 1,4 bin und das ist natürlich grafisch viel besser dargestellt, das heißt, das ist nur so ein kleines Feature, dass man das miteinander verknüpfen kann und hier die Daten hat, aber in der Suchkonsole drüben sieht das Ganze viel, viel, viel besser aus. Jetzt hast du hier die Berichte gesehen, die kann man sich über die Bibliothek komplett anpassen, das ist ziemlich, ziemlich cool. Kommen wir kurz zum Punkt Werbung, den schauen wir uns später auch noch an. Da geht es vor allen Dingen darum, von welcher Plattform die Besucher auf den Website kommen und dass ich hier einen Modellvergleich habe. Das heißt, das sollte man nicht verpassen, dass man hier eben schaut, wie ist das Attributionsmodell und die Conversion-Fade, das kennen auch viele nicht. Auch viele, die schon lange im Web unterwegs sind, haben vielleicht im UA das schon mal verpasst. Also ich sehe immer wieder überraschte Gesichter, wenn ich diese Ansicht zeige, dass man hier schauen kann, wie die Customer Journey wirklich ist, anhand von Faden. Man kann es hier umstellen auf zum Beispiel Medium. Ich gehe später hier vielleicht nochmal kurz drauf ein, auf Werbung, aber dass du das einfach hier schon mal gesehen hast, dass du hier richtig cool auswerten kannst, je nach Attributionsmodell, wie war am Ende jetzt die Customer Journey. Also das nur zur Übersicht, das reicht vielleicht sogar auch schon. So und ich zäume, das fährt auf jeden Fall von hinten auf. Ich habe wirklich jetzt mit den wichtigsten Sachen angefangen. Jetzt kommen wir mal zu den eher unwichtigeren. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Startseite. Hier halte ich mich nie auf. Ich meine, das sind ja wirklich nur so Datenüberblicke. Hier gibt es auch neue Features, also neue Statistiken, die mir hier automatisch angezeigt werden. Für mich sind das meist A, viel zu viele Daten und B, ist es für mich so, dass ich immer eine Anforderung habe an das, was ich auswerten will. Und qualitativ auswertende Marketer, die nicht einfach nur Zahlen haben wollen und so viele wie möglich, die verlassen sich hier drauf natürlich gar nicht und gehen hier in Berichte und explorative Datenanalysen. Das heißt, hier kannst du dich mal durchklicken, dir das hier anschauen, aber ich gehe hier nicht weiter darauf ein, weil das ist natürlich einfach nur so ein kleines Feature, dass man so eine Übersicht hat, um hier vielleicht sogar schon zu sehen, ist hier gerade irgendwas falsch. Außerdem habe ich hier noch eine Echtzeitkarte, da sehe ich, ist hier vielleicht was falsch, sind hier vielleicht viel zu viele wenig Besucher oder viel zu viele Besucher, kann ja auch mal vorkommen, dass die Serverlast hier gar nicht aushält oder wie auch immer und das gibt also einen Überblick, wäre es die letzten 30 Minuten da gewesen. Das gibt es auch noch mal ausführlicher unter Berichte, da bin ich vorhin gar nicht drauf eingegangen und dann hier Echtzeit, weil hier ist es eben auch so, das brauchen wir fast gar nicht. Also das ist wirklich nur so eine Sache und da haben wir eigentlich hier unter Verwaltung, schauen wir uns später noch an, den Debug View, wo ich sehe, was jetzt gerade passiert durch eine einzelne Session beziehungsweise durch ein einzelnes Gerät. Wenn ich durch den Tag Manager auf die Seite gehe, schauen wir uns gleich noch an. Da brauche ich das hier natürlich gar nicht, weil eigentlich testet man da drüben, aber manchmal, auch vor allen Dingen in meinen Kursen, benutze ich das hier, um eben auch hier unten unter Ereignissen zu zeigen, was gerade passiert und hier kann man auch draufklicken und sich dann anschauen, welche Parameter übermittelt werden und manchmal sieht man hier auch Sachen, die man nicht so gut im Debug View sehen kann. Ein wichtiger Satz hierzu, du siehst hier natürlich viel mehr Besucher als im letzten Analytics, also im Analytics 3, also Universal Analytics, weil dort hat man nur die Besucher der letzten 5 Minuten angezeigt bekommen und die letzten 30 Minuten waren natürlich mehr da, weil das Zeitfenstergröße ist. Ja, dann hast du hier noch eine Nutzerübersicht, das ist relativ interessant, aber absolute Spielerei, gibt für mich keinen Grund, das auszuwerten. Habe ich auch im kurzen Video darüber gemacht, aber an sich, wie gesagt, diese Spielerei, hier sieht man einen bestimmten Nutzer, wie der oder die sich gerade verhält auf der Seite und was dieser User hier sozusagen für Conversions zum Beispiel ausführt oder für Ereignisse und wie viele, aber jetzt hier ganz wichtig, ich sehe das hier nur für ein paar, also wenn ich hier so durchgehe, kann ich mich gar nicht darauf verlassen, dass hier alle dabei sind, die ich hier unter Echtzeit erfasse, also alle 50 sind da sowieso schon mal nicht dabei, also auch das ist wieder nur Spielerei. Dann habe ich hier oben Vergleiche, die gucken wir uns später nochmal an, wenn wir die Berichte vor allen Dingen anschauen. Die sind vor allen Dingen übergreifend, was ich hier einstelle, das habe ich dann später hier auch, aber das gucken wir uns dann auch nochmal an. Auch dieser Snapshot hier ist genau wie der Name es schon sagt, ein Snapshot und was ist ein Snapshot wert? Das ist keine professionelle Fotografie, würde man sagen, wenn es hier um eine andere Branche ginge, also damit kann ich nicht wirklich was auswerten, das würde ich niemals an den Kunden eigentlich hier weiterleiten, weil was soll der hier raus lesen? Es sind nicht die Daten so aufbereitet, wie wir das haben wollen. Man kann zwar hier wieder die Vergleiche bearbeiten, aber wie dir hier vielleicht auffällt, kannst du hier überhaupt nicht den Snapshot bearbeiten. Also du kannst nicht bearbeiten, was hier steht. Das ist natürlich auch wieder schade. Ich kann nur den Datenfilter hier setzen, welche Daten hier angezeigt werden, zum Beispiel die letzten 90 Tage, heute, wie auch immer, da auf jeden Fall drauf achten, falls du hier andere Daten hast als ich. Yes, und jetzt komme ich noch zu einer Sache, das sind noch ein paar Einstellungen, weil das ist ja jetzt nur die Tour. Das hier oben rechts ignorieren wir übrigens auch mal komplett, weil hier wechsle ich nur die Produkte. Hilfe gibt es auch nicht wirklich, da sind nur die Hilfeartikel, die findet man viel besser über die Google-Suche. Ich habe hier die drei Punkte, da kann ich ein Feedback senden und hier kann ich mein Google-Konto wechseln. Also nichts Großes, hier haben wir schon gesehen, kann ich das Analytics-Konto wechseln und wenn ich hier wieder auf Verwaltung gehe, hier habe ich noch ein paar Einstellungen, die sind ein bisschen versteckt. Einerseits übersieht man vielleicht relativ schnell die Zugriffsverwaltung fürs Konto, das gucken wir uns jetzt am besten mal bei einem Konto von mir an. Also wenn ich hier auf ein Konto gehe, wo ich die Zugriffsrechte habe, dann gehe ich hier drauf und kann hier über das Plus Nutzer hinzufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Agentur freigeben will, dann gebe ich einfach die E-Mail-Adresse frei und kann die Nutzer noch benachrichtigen und was hier wichtig ist, hier gibt es natürlich verschiedene Rollen von Betrachter bis hin zu Administrator. Ich kann nur empfehlen, natürlich Agenturen so viel wie möglich zu geben, aber natürlich so, dass sie das Konto nicht löschen können und im Prinzip wäre dann das hier eigentlich der Bearbeiter. Das ist dann natürlich die richtige Rolle. Dann haben wir hier unten noch Einschränkungen für Daten, keine Kostenmesswerte, keine Umsatzmesswerte. Da kannst du letztendlich Leuten Zugriff geben und die können dann entweder die Kosten oder die Umsätze eben nicht sehen. Es ist ein bisschen intransparent, welche Metriken und Dimensionen dazugehören. Das muss man sich so ein bisschen denken, wenn ich mal jetzt hier draufgehe, dann habe ich hier diesen Hilfeartikel und hier wird es auch nochmal ein bisschen erklärt, aber welche das jetzt genau sind, steht hier meines Erachtens nicht. Aber ich meine, bei den meisten Messwerten kann man sich das ja denken und wie gesagt, das bezieht sich auch nur auf Messwerte und so ist es auch so, das wollte ich dir auch kurz nur zeigen, wenn ich eigene benutzerdefinierte Dimensionen hinzufüge und Messwerte und wenn ich jetzt hier wähle, Maßeinheit ist Währung, genau, dann bekomme ich diese beiden Felder hier und muss sagen, ob es Datentyp Umsatzdatum oder eben Kostendatum ist. Deswegen kann man auch gerne mal Standard wählen, wenn man das eben nicht ausblenden will, wenn man diese hier erstellt. Also das nur als kurze Notiz. Du kannst jetzt natürlich auch im Detail noch durchlesen, was hier bei den einzelnen Rechten steht und ich kann dir auch nur empfehlen, mal anzuschauen, wie sich das verhält, wenn man zwei Google-Mail-Konten hat und sozusagen zwei Analytics-Zugriffe, dass man sich dann mal selber irgendwie mit diesen Rollen hier freischaltet und hiermit auch rumspielt, dann weiß man natürlich am Ende ganz genau, was könnte dann die Agentur der die Freelancerin sehen, dann am Ende, je nachdem, was man dort einstellt. Also da sich immer, sag ich mal, sicher gehen. Natürlich geht es auch zum Teil um Daten, die unternehmerisch, sag ich mal, Aspekte abbilden. Das bedeutet, wenn du sagst, die Umsätze soll die Freelancerin nicht sehen, dann kannst du natürlich die Umsätze dort eben abwählen und dann klickst du natürlich auf jeden Fall hier, wenn du sie freigibst oder ihnen hier unten auf keine Kosten oder keine Umsatzmesswerte und dann sieht man natürlich auf jeden Fall deutlich weniger. Die Filter hier, auf die gehe ich gar nicht ein, weil die funktionieren sowieso nicht hier im GA4, die sind nur für Universal Analytics Properties, die man noch angelegt haben könnte, also dieser Punkt wird wahrscheinlich bald verschwinden. Dann haben wir hier einen Kontoänderungsverlauf, der ist natürlich genauso im Großen und Ganzen wie dieser Property Änderungsverlauf, also wenn ich hier irgendwas am Konto ändere. Da sehe ich dann auch die Einstellung von eben, das waren diese Änderungen eben gerade, wo ich gesagt habe, jemand darf nicht auf Cost oder Revenue Data zugreifen. Das ist genau diese Änderung hier, die ich jetzt hier sehe, dass hier eben Rechte verändert wurden. Access Level müsste das hier sein, Access Level Eintrag oder irgendwie sowas. Genau, dann habe ich hier einen Papierkorb, da kann ich jetzt dieses Property hier löschen. Das ist mir auch mein Rätsel. Nee, Stopp, diese beiden hier habe ich auch noch nicht gezeigt. Einrichtungsassistent brauchst du eigentlich nie. Hier siehst du einfach nur, ob du nochmal irgendwas einrichten kannst. Es lohnt sich schon, hier mal kurz reinzugehen, aber wenn du hier mein Video durchgehst und auch zum Beispiel ein Einrichtungsvideo von mir noch guckst, dann brauchst du das ja eigentlich gar nicht. Man kann aber immer mal ganz gut nochmal prüfen natürlich, ob alles eingerichtet wurde. So und unter Property Einstellungen hier wiederum, hier kannst du das in den Papierkorb verschieben und das findest du dann natürlich hier links in dem Papierkorb wieder. Genau und hier kann ich auch die Währung nochmal ändern, die würde ich auch immer überprüfen bei einem Konto, deswegen ist es so wichtig, dass ich das jetzt auch nochmal hier zeige. So und was man auch nicht so oft sieht oder vielleicht auch übersieht, wenn man hier im Konto ist, das sind hier diese Nutzereinstellungen. Wenn ich jetzt hier mit Malte Ad Website Piloten angemeldet bin und hier in das Konto reingucke, dann ist es hier zum Beispiel auf Deutsch. Warum? Und das findet man hier, wenn ich hier draufklicke, hier finde ich jetzt die Sprache für den Nutzer und wenn ich das auf Englisch umstelle und hier auch meinen Standardzeitraum, den kann ich auch umstellen, also den Auswertungszeitraum und dann hier auf Speichern gehe, das ist jetzt hier nochmal die E-Mail-Kommunikation, die kann ich hier auch ändern, ich denke, das ist auch trivial, kannst du die auch durchlesen. Wenn ich das jetzt hier speichere, dann ist das nicht sofort auf Deutsch. Ich kann das jetzt auch neu laden, aber es gibt einen Trick, beziehungsweise es ist nicht auf Englisch, es gibt einen Trick, man muss sich echt anmelden, machen wir auch mal, zeige ich dir mal, ich gehe auf Erneut anmelden, weiter, so, jetzt habe ich mich neu angemeldet, jetzt gehe ich wieder auf analytics.google.com und jetzt sehe ich, dass hier auf einmal alles auf Englisch ist und du fragst dich jetzt vielleicht, Malte, warum will ich das hier alles auf Englisch haben? Wenn du zum Beispiel hier in der explorativen Datenanalyse irgendwelche Dimensionen hast und die Namen sind irgendwie komisch und du weißt nicht, was hier zum Beispiel Item Affiliation ist oder irgendwie sowas, dann gehst du eben oder dann kann es passieren, dass du hier in die Übersicht reingehst und die zum Beispiel auf Deutsch gar nicht gefunden hast, das heißt, du gehst dann hier nochmal in die Übersicht, schreibst hier hinter HL, Moment, da müssen wir hier gucken, dass wir hier das richtig übergeben, Moment, ich gehe nochmal hier zurück, hier steht schon HL ist gleich DE, dann mache ich hier EN draus, genau, und wenn ich jetzt hier Item Affiliation eingebe, muss ich natürlich hier erstmal Expand All machen und dann sehe ich nochmal hier die Beschreibung auf Englisch und es ist ohne Scheiß so, dass manchmal in der deutschen Übersetzung Fehler sind und deswegen will man sich das dann hier auf Englisch durchlesen und damit man nicht durcheinander kommt, will man natürlich wissen, welche Dimension oder welcher Messwert ist das denn jetzt genau, ja, also hier drüben im Analytics 4, das ist halt gerade für alle, die mit Analytics anfangen, mega wichtig, das heißt auch, wenn man jetzt nicht des Englischen hundertprozentig mächtig ist, könntest du dir dann natürlich trotzdem wiederum die englische Hilfestellung irgendwie übersetzen, aber was erzähle ich, das ist natürlich echt nur ein Runcase, nur dass du weißt, jetzt steht hier Events und die Beschreibung hier auch, der Events ist jetzt halt komplett anders und du siehst zum Beispiel auch hier bei Custom Definitions zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Custom Metrics gehe und dann hier irgendwas eingebe, ne, zack, zack und gebe hier Currency ein, da habe ich hier zum Beispiel Revenue Data und wenn ich jetzt irgendwas wissen will, zum Beispiel Revenue Data in Analytics 4, dann googelt man das natürlich oft auf Englisch und da gibt es dann natürlich öfter mal englische Blogartikel, englische Hilfeartikel, hier zum Beispiel Be Profit Revenue versus Product Revenue Discrepancy in, ich hoffe, spricht man so aus, in GA4, ne, also, dass man hier wirklich guckt, auf Englisch, was gibt es da noch so für Blogbeiträge, so habe ich andauernd in der Vorbereitung auf unseren Kurs gearbeitet und deswegen auch dieser wichtige Hinweis, wo man die Sprache für den aktuellen User umstellt. Das habe ich jetzt nicht fürs Konto umgestellt, sondern nur für meinen User, das heißt, wenn andere hier Zugriff auf das Konto haben, ist es glücklicherweise so, dass es für die immer noch auf Deutsch ist. Das waren jetzt wirklich die wichtigsten Basiseinstellungen hier, beziehungsweise die wichtigsten Basisansichten. Ich hoffe, du findest jetzt richtig gut deinen Weg zurecht hier im GA4, du weißt jetzt, wo was ist und jetzt kann es natürlich weitergehen mit noch mehr Wissen zum Thema GA4. Wenn du hier auf YouTube dabei warst, ich freue mich wirklich über jedes Like, wirklich von Herzen und natürlich auch über jedes Kommentar. Wir können nicht jedes Kommentar beantworten, dafür ist unser YouTube-Kanal zu groß geworden, bin ich stolz drauf, aber wir versuchen es jedenfalls, also lass einen Kommentar da, oft gehe ich auch die Kommentare selber durch und schaue, wo man Fragen beantworten kann, die immer und immer wieder auftauchen. Dennoch ist es so, es sehen ja auch andere die Kommentare und die können dir dann antworten oder schau auch mal gerne unter den Kommentaren hier nach, ob hier Fragen sind von anderen, die du vielleicht sogar beantworten kannst. Also davon lebt ja am Ende eine Community. Apropos Community, abonniere auf jeden Fall hier unten den Kanal, denn ich werde auf jeden Fall in Zukunft viele weitere Videos zum Thema GA4 auf YouTube hier veröffentlichen und wenn du da dabei sein willst und benachrichtigt werden willst, dann drück nicht nur unten auf Abonnieren, sondern auch auf die Glocke. Ich freue mich mega, dass du dabei warst. Bis dann, dein Malte Helmholt. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann, Bis dann, bis dann. bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis zum nächsten Mal.